Wellness für die Fische im Teich Zwei große Koi liegen erschöpft am Teichgrund und ruhen sich aus. Oder liegt ein Problem vor? Wenn es Futter gibt, sind die zwei großen Koi dabei und fressen ganz normal. Ich habe jetzt mal zwei Liter Haarmilch in den Teich gepippt. Zum einen tut das den Fischen gut. Zum anderen wird das saubere Wasser für etwa 20 Stunden trübe. Und das wiederum ist Wellness für die Teichbewohner. Denn diese möchten nicht immer von oben gesehen werden. Wir als Teichbesitzer mögen zwar sauberes Wasser damit wir die Fische sehen können. Aber für die Fische ist das nicht schön. Mit der Milch im Teich beugt man Darmkrankheiten bei den Fischen vor. Und macht das Wasser mal für etwa 20 Stunden trübe. Mal sehen ob es den großen Koi morgen besser geht. Und das Wasser mal für die Teichbewohner. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020